Aua, boah, diese Dinger, ne? War das denn ne Falle? Ja, ne Falle. So warte, nicht die Dinger, da sammeln erst unten das, was du grad gemacht hast, genau. Joa, das kann zunehmen, genau. Aura! Bop, bop, bop. Ah, ich seh schon. Wie krass der einfach nur ist. Ha! Wow! Tönt ihn! Hab ich! Mobben! Oh, warte. Warte, da unten ist... Nee, fast. Grässt mich erst mal. Du scheiße, ey. Mein Handgelenk tut weh. Wie immer der Teilworte mitgenommen hast, diesen Handschutz. Das hab ich an. Achso. Ja, natürlich! Ach, da bin ich! Nein! Oh! Ich hab auf deinen Scheißdingel geguckt. Einer muss einen fetten spielen lassen. Ach du scheiße. Ba, 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 ba! Ba, ba, ba! Ba, ba, ba! Yay! Was ist das ein Scheiß? Du, Badibadu! Ba, 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 ba! Ich hab ihn gar nicht aktiviert. Ja klar. Nein, der ist schon alleine. Du hast den geil gemacht. Nein. Doch. Nein. Du warst so nah dran. Nein. Wenn du nah dran bist, aktivier so. Oh, scheiße. Oh, hau mich, hau mich. Ja klar, hau mich, hau mich. Oh. Mal, jetzt hat er dann schon wieder was. Ja klar. Boah. Wir haben sogar gar nicht mal so wenig bekommen. Guck mal. Stimmt, aber immer noch kein 300. Aber jetzt hat er noch nicht Ende. Doch, doch. Ist es. Scheiße. Guck mal. Boah, wir fehlen zwei. Keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Ne, mehr vier. Boah, so Penisköppe. Guck mal, guck mal. Da ist eine Medaille. Toll. Können wir da an unserer Mutter zeigen. Wie krank muss er denn da sein? Mama, Mama, guck mal. Ich habe eine Medaille in einem Spiel bekommen. Ja, ich habe nur acht Junge Spiel pro Level. Haha. Aua. Ah, flinke Flasche. Der schnarchende Baum. Oh. Genau. Genau, jetzt wartet die und wehrt die gar nicht mehr ab. Was ist das denn? Ja. Den muss ich gar nicht abwehren. Hä? Nein. Aber wollen wir hier hin? Ja, aber ich wollte den normalen Rehmann. Der ist rechts, glaube ich. Da, wo du ihn eingetauscht hast, meine ich. Und ne. Da. Wir sind immer im selben. Warte mal, wen haben wir denn gerade freigeschaltet? Welchen wichtigen? Den hier drüber mit Bart. Zeig mal. Hä? Hier über mir. Der hat eine Krone. Was können die denn anders? Das sind nur Skins. So. Aber guck mal, nur noch vier Sachen. So viel kann doch gar nicht mehr sein, ne? Eigentlich nicht. Vielleicht öffnet sich ja irgendwo nur ein Raum. Blasenentzündung. Hatte ich schon mal ne Blasenentzündung? Ich glaube noch nicht. Ich auch noch nicht. Kommt noch. Viel Zeit. Viel Zeit, genau. Schau auf zu hauen. Bop, bop, bop. Nein! Boah, das war so dumm, ne? Wir hätten uns nicht sabotieren dürfen. Alles wegen dir. Ich bin nur schnell geschwommen. Warte mal hier. Das war's. Und ich hab dich die ganze Zeit geschlagen. Fuck. Okay. Geh ich nach oben. Yeah. Fuck. 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 Fuck, fuck. Shit. Guck mal, ich hinge voll fest. Oh. Ja, genau. Und er kommt vorbei und sammelt alle ein. Haha. Da geht's doch weiter. Alter. Nein, fuck. Rett mich schnell. Nein, nein. Können wir doch mehr sammeln, du Affe? Ja, bist du dumm, ey. Wir hätten viel mehr sammeln können. Natürlich, geht da links. Ja, viel mehr. Aber wir gehen wieder raus. Hilfe. Ja, klar. Ja, klar. Klar, natürlich. Ich bin viel mehr sammeln können, aber lässt die hier liegen, weißt du. Ja, weil sie jetzt immer rot sind. Jetzt rest mich doch mal. Geht doch. Und ein, uah. Achso, der hat nur einen Arm. Haha. Scheiße. Der hat bestimmt noch voll viele. Ja. Das warte? Ja, sicher. Warum gibt's immer so kurze Level? Damit die viele Level haben. Siehst du, man fickt nicht immer. Man fickt nur, wenn man das selber ausgelöst hat. Das heißt, du hast bis jetzt sogar gar nicht ausgelöst. Wat? Ja, du bist der Ficker, wenn du das Teil kaputt gemacht hast. Ah. Der Ficker. Wow. Wir haben alle. Wir haben alle? Ne, haben wir nicht. Ja gut. Dreife die Medaille. Boah, erneut versuchen. Komm, mach erneut versuchen. Dreife die Medaille. Erneut versuchen. Ja, dann hör auf zu sabotieren jetzt. Wer sabotierte du? Was denn statt du mal wartest? Wieso? Ich kann da doch schnell ... Figierlappen. Warte, nicht einsammeln. Wir könnten auch ... Ne, schaffen wir nicht. Stimmt. Doch, wer gegangen. Super Idee gehabt. Sammle du unten. Ja, tolle Idee. Warte, warte, nicht sammeln, aufpassen. Genau. Ja, genau. Und noch weiter gehen. Ich gehe weiter. Alter. Nein! Scheiße, rätst mich. Ja, genau. Gammel du da mal ab. Oh, hab schon fertig. Okay, tschüss. Schon, weißt du. Pass auf, ich bin der Ficker. Toll, wenn ich mich da nur drehe. Ah, mein Handgelenk. Ne, ich war Ficker. Hä? 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 Ach, weil du ... Jetzt verstehe ich's, weil ... Der, der mehr Münzen hat. Das sind keine Münzen. Hm. Hm. Okay. Das sind goldene Schmetterlinge. Das sind goldene Schmetterlinge. Zurück. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag machst, dann kannst du irgendwann nicht mehr aufhören. Was denn? Ja, so zu reden. Stimmt. Hat er auch bei der Bulli gesagt. Bei den Filmen Periode 1, glaube ich. Den ganzen Tag so schwul geredet und am Abend im Schwimmband konnten die gar nicht mehr aufhören. Komm ins Wasser. Ja, aber ist auch geil. Meine Bähne. Durchs Wasser? Die können schwimmen? Voll unrealistisch. Warte, was geht denn noch mit 1 Sachen? Ach, ich dachte, Rayman wäre realistisch. Ja, dann kackst du die aus. Oh. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Warte, elf. Achso, wir müssen ein Ding gleich kaputt schießen. Du hast nicht checks, ne? Wenn du so ein Idiot bist. Na, ich merk schon, ich merk schon. Du wirst. Wolle ich gerade wegballen, cool. Fuck. Wolle vorsichtig so. Ja. Aua. Oh, dann war ich gut, Peter. Schnell, lass mich. Ach, da kommen Leute. Nein. Leute, komm da. Wir sind ja aus den Fischer. Du bist so ein Wichser, ne? Warum? Verstehe ich nicht. Alter, was für ein krasses Vieh. Aua. Haha. Jeder einen. Was war denn im Fernseher? Weil ich gucke nur so nach oben in die Ecke. Hahaha. Hahaha. Oh. 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 Oh, mein Gott. Oh. Oh. Schieß mich ab. Nein. Oh. Schieß mich doch. Töte mich doch. Boah, ich bin, denke mal, ich bin ganz woanders. Ich dachte gerade auch, ich wär du. Ja, warum hast du nicht so ein Penismann genommen? Weil ich den Penismann hast? Hä? Achso, wir können damit auch fliegen, stimmt. Ja, hast den Penismann. Alles klar. Haha. Wie wir dringend so gierig sind, ne? Hä? Wig, 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 wig. Wack, 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 wack. Boah, ich hol dich doch nie mehr ein, ey. Aua. Der muss sich bereit machen zum Superschellballern. Schade. Oh, bück dich. Warum? Boah, zwei schon. Das ist ja der Hammer. Danke. Ma. In den Arsch, in den Arsch. Geht gar nicht. Aber das ging. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ist gefangen. Ich nicht. Lass los. Wow. Oh, oh, aua. Ich glaube, du bist tot. Ja, der hat mich voll eingequält. Aua. Boah. Das war mehr als knapp. Knapp? Kann man die, eigentlich, kann man die töten? Aua. Was? Kann man die töten? Jetzt gerade nicht. Nee. Das ist doch voll das Event hier. Voll das Event. Nein. Genau, heul doch. Nein. Wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es. Scheiße, stimmt. Oh weh, die droppen jetzt nicht irgendwas fettet. Wir brauchen nur noch 22. Nee, wie kommt da nichts mehr? Fuck. Ey. Jetzt. Hör doch zu schießen. Nein. Boah, ich hasse dich. Jetzt haben wir echt, oh nein. Alles wegen dir. Aber ich glaube, wenn wir die zweite aufgehoben hätten, die zwei Blasen, die wir nicht bekommen haben, hätten wir das auch nicht geschafft. Nee, hätte nicht gereicht. Gute Gate, Gute Gate. Toll. Ja, wenn er, ich glaube, die 350er haben möchte, dann muss er ein Level auswendig kennen. Damit du weißt, wo welcher Fisch guckt. Mhm. Wie nervig das in einem Let's Play wäre. Ja. Auswendig werden. Oder machen ja hier diese 100er Runs, ne? Ja schon, aber ich weiß nicht, das ist... Kommt drauf an. Je nachdem, ob New Super Mario Bros. geil ist, können wir ja gucken, ob... Ach so, ja. Genau. Ich glaube, das ist die letzte Welt. Ja, was ich gut fand, auch in dem anderen Teil, du konntest ja in das Schloss rein und dort die Verstecker anzeigen lassen. Wenn du gar nicht drauf kamst. Hä? Da kamen da kleine Filmchen. Ach so. Ach so, ja klar. Barfuß zu bergen. Halt. Wieso hast du Level? Ah! Boah, WTF? Wir halten auf einen riesigen Penis. Das hat er gesagt. Sit for she sit. Boah! 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 Ah! Ach so. Rette mich! Ah, klar. Ich hätte mal da rausfliegen sollen. Das war der Fehler. Guck mal, Mr. Gierl hat mir wieder... Meine Sachen! Ne, meine! Komm! Ah scheiße! Fuck! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Du hast zwei Münzen! Ja, weiß ich, du hast's! Und warum sagst du das? Nur so! Nicht gravieren! Ja! Ich will raus! Ich will raus! Ich will raus! Bei einer Frau! Ah! Der Hangman! Fuck! Ach so! Boah! Scheiße! Ach so! Gut! Nein! Okay! Bin ich halt tot! Ah! Dann bist du halt auch tot! Mach eins! Hätt ich voll absahlen können! Ja! Voll absaften können! Ja! Kennen wir schon! Wir sind ineinander! Ja! Tschüss! Fuck! Nehm mich! Ich nehm meine Hand! Boah! Fuck ey! Ich bin gleich da! Boah! Wie ich hier hinterher hänge! Ne? Ist halt schlecht! Nein! Ich wäre schon lange tot! Das ist gut, was ich gemacht hab! Oh fuck! Haaa! Nein! Den will ich haben! Oh du Gierlappen! Nein! Hau mich! Wieso lebe ich doch? Hau mich doch! Lass den mal holen! Hau! Hau mich! Warte einmal eben! Warte einmal eben! Haaa! Haaa! Oh guck mal wie wenig du hast ey! Ich hab 10! Ja gut! Ich hab die ganze Zeit hinterher gewinkt ne? Gewinkt? Ja geil! Boah! Warte bloß! Warte bloß! Ich hab echt kaputt da nochmal zu machen! Doch! Du hast Bock! Ja du weißt du gut bist! Stimmt! Wie machen die denn da? Hä? Da jetzt! Oh! Kommt's weg! Kraft zum Mauerlaufen! Der Berg ruft! So guck mal die können immer unterm Rock rufen! Schau schau! Schau schau! Schau schau! Wie fertig siehst du aus? Ja klar! Das wird ja super entspannend sein dann! Hä? Ich glaub ich stehe noch ein paar gute Level! Hä? Achso! Guck mal! Jetzt komm! Ja man hat doch keinen Sinn! Ich geh einfach hier rein! Achso! Ich glaub wir sind ein bisschen falsch! Hä? Hä? Ach jetzt geht's! Gerade ging ja nicht mit dem springen! Renn nochmal durch! Renn durch! Tötze! Kann man nicht! Das sind liebe Leute! Genau! Deswegen haben sie uns auch aufgehalten! Oh wie krass! Ja! Aber die Grafik ist eigentlich cool gemacht! Ja! Das stimmt! Ach wenn du jetzt zu 4 zockst! Oder zu 5! Ne 4 geht nur! Hu! Tanzt für mich! Was soll ich denn machen? Was? Wie? Achso bin ich! Achso! Tanzen! Toll! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr ob das Licht angeht! Ich hab den erstmal weggeklatscht! Hau du deinen Geldsack! Hast du gelitten! Boah! Ist doch echt gut! Du bist viel besser! Dann hab ich gar nicht wahrgenommen! Dass da jemand ist! Ich auch nicht! Ma! Was ist denn los jetzt? Yay! Yippie yay! Hu! Hu! Du bist durchgegangen! Nein! Hu! Was? Ja geil! Er rennt jetzt in die andere Richtung! Wieso ist er denn in die andere Richtung gelatscht überhaupt? Verstehe ich gar nicht! Hast du in die andere Richtung gedrückt? Ne! Jawohl! Oh fuck! Das hab ich auch gemacht! Ja! Schlag mich! Jetzt mach! Mach ich sofort! Was war das denn? Ja da war doch der Plan! Deswegen hab ich die doch geschlagt! Oh! Wow! Wow! Super! Nein! Hä? Wieso rennt sie auf der Stelle? Hö! Achso! Aus dramatischen Gründen! Ja genau! Renn ab hier hoch! Tschüss du Lusche! Stimmt! Bäum! Oh! Oh! Ein schon voll krass! Ja! Ba-bam! 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 Uha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Das ist auch noch ungestopft! Vielen Dank.